Guten Tag! Willkommen zurück. Wir haben den Weg in den Berg geöffnet und jetzt gehen wir erstmal gucken wo der Fluss entführt. Nein, wir gehen in den Berg runter. Hier sind die alten Monitore. Ich glaube ihr seid Backstage, ne? Uh oh. Uh oh. Ich hör was? Uh oh. Okay. Okay. Hmmmm. Okay. Du wärst ein Portus 2 oder was? Nicht echt. Ähm. Was ist das denn? Kann man das schon wissen? Ne. Ähm. Was hier hinten kann man aber lösen? Wie ist das schon gelöst? Ich weiß ja nicht. Was muss ich mir machen? Trennen. Mhm. Und Farbe machen. Trennen und Farbe machen. Muss man irgendwas einfärben? Ne, ne? Das ist doch okay so, ne? Ja, eigentlich. Eieieiei. Eieiei. Kleine, kleine Fenster. Äh, hör. Ah, die Bildschirme verschieben sich. Ich verstehe das Problem. Also das kann ich einfach noch nicht lösen, ne? Weil das ist einfach noch nicht... Nicht? Keine Ahnung. Ist halt nicht bereit. Hm. Ich treffe einfach nicht. Kann ich zoomen? Kein Bock hat er. Ich dachte, was wir jetzt noch machen? Jetzt guck mal. Wird's nach oben? Ne, hier ist noch was. Hm. Hm. Da, das siehst du aus. Was müssen wir denn hier machen? Da können wir uns eine Richtung aussuchen. Oh. Okay. Ah, okay. Hä? Ah, so ist ein Vierer. Sag das doch. Hm. Hä? Ja, so, die waren doch nur noch in ein Gebiet. Nach und nach. Äh. Oh. Was denn? Na doch, so kannst du hier jetzt trennen. Ach so, trennest du hier, okay. Praktisch. Kannst du direkt die beiden an? Und wenn ich dann waren das denn will, dann muss ich nochmal den Weg zum anderen aus. Mhm. Oh, hi. Oder auch nicht, weil das im Weg ist. Mist. Kann ich das lösen? Nee, überhaupt nicht. Das Ding ist halt einfach im Weg. Lass es zu. Was ist da drüben? Ich kann doch mal gucken, ob es... Nee. Geht nicht, weil es einfach nicht in einer... ...nicht breit ist oder so. Okay. Geradeaus ist das nicht. Keiner. Muss halt direkt abbiegen oder so. Aber... Natürlich. Noo. Oh, nee. Hm. So, was ich denn jetzt? Ja, das ist ja auch wieder mittendurch. Ja, wo ist das? Das ist davor, ne? Glaub ich. Ja. Glaub ich. Ja. Oder unten ist auch was. Ah, jetzt hab ich die Bergwahl dreht sich hier. Hm. Hm. Ja, das geht doch nicht. Das ist natürlich mal getrennt, aber ich glaube, es ist das immer noch. Naja, aber ich geh da einfach mal hin. Vielleicht gibt's da ja drüben was. Aber sonst geht halt einfach nicht, weil... Naja. Naja, geht in die Achseltäter nicht. Hm, nicht. Was ist das denn? Weil das halt auch nicht ist. Und hier fällt irgendwas los. Willst du springen? Nein, 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 nein. Hm. Hm. Da komme ich dann noch von dann vorbei. Und so halt nicht, ne? Das ist halt böse. Theoretisch. Hm. Und das nicht klappt. Da kommt man Figuration her. Aber das ist halt ja... Böse halt. Ja. 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 Ich bin ja auch schon mal. Ja. 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 Das ist ja auch schon mal. Hm. Ich geh jetzt nicht an die Rasen-Trainung. Ja. Ja, sorry. Ich halte nichts an den Leuten zu lösen. also ist komplett nach unten so haben wir das gemacht da kann ich einfach rüberspringen wahrscheinlich nicht spring doch ist das da drüben vielleicht anders lösen da kann ich das jetzt halt irgendwie noch ist das weil ich komme nicht im stil das ist eh glas wie ich kann durch glas durch der ist zerbrochen warte mal das ist dann glaube ich auch schon der schlüssel das hier machen da kann es ja davor laufen auf jeden fall und das rätsel lösen und dann trennen die passierte noch was gutes was kann ich das nämlich lösen mhm gut gut ähm ja das ist jetzt 4 und 4 ne ja und das ist eine trennung sehr gut was gebracht jetzt bleibt irgendwo auf einer anderen seite wieder irgendetwas ja ja das ist die ganze Zeit schon oder ist der Audio Locker auf jeden Fall das ist ein bisschen ja das ist die ganze Zeit wie ist das das ist die ganze Zeit bis zu dem woher kommen sie das jetzt mal durch ja für nichts das ist die ganze Zeit oder Wie sieht das? Wie sieht das? Hmm... Okay... Oh nein... Oh nein... ... Oh... ... ... ... ... Oh man... Ah, ok. Ah, ne. Wenn Münster dran vorbei wird, muss ich dazu mal... Aber dann passt das hier nicht mehr mit dem hier. Hm. Wo ist das? Oh. 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 Wenn es hier vorbei will... Oh. Ah. Ah, ok. Ich hab nichts gesagt. Nein. Dann weiter und dann. So, ne. So, so. Also, klar, weil es jetzt eine andere Steuere. Deswegen kommen wir jetzt da oben vorbei. Ah, klar. Ok, ja. Aber das klappt, ja. Ich hab gehört, es gibt noch einen Audiolog irgendwo. Mhm. Hier, ne? Ja. In der... Im Tempel. Geil. Hier wurde die Welt gebaut oder so. Äh. Ja. Hat... Hm. Du gehst das auf jeden Fall nicht, weil ich muss ja auf Schwarz und Schwarz können. Ja, wenn du links platzierst, bedeckst du nur Weiß, dann rechts platzierst du auch nicht. Das kann man nicht sagen. Bedeckst du nur Weiße oder so. Achso, ne? Ja. Ja, das ist nur Weiße. Muss das irgendwie funktionieren? Irgendwie. Ich weiß, ob wir Kanten sich das sogar nicht bewegen. Also, ja. Also, wo kommt das hoch? Vor allem musst du... So, ne? Was denn? Da sind jetzt Weiße hinter. Weiß und Schwarze. Was geht eigentlich, wenn du einfach nur umdrehst, ne? So. So. Genau. Das ist ein Weiß. So. Man hat was, auf jeden Fall. Mhm. Okay, gar nicht. Aber das ist wieder auf Spiegeln. Oder mit zwei Dingern. Man muss aber Dinge einsammeln, ne? Mhm. Also, was haben wir denn hier verdeckt? Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Keine. Also, die fünf. Also, da unten sind halt zwei. Okay. Okay. Da gibt es in der Position vor. Es ist nicht ein progressives System in diesem Respekt. Der einzige Ziel von Zen zu studieren ist, um Zen-Erfahrungen zu haben. Es sind Moments, wie Flaschen von Lichtern. Ja. Ah, das sind ja unten nicht, ne? David Darling, 1996. Noch eins früher abbiegen eigentlich erstmal. Ah, und dann? So. Jetzt muss ich da rüber. War gut, dass ich erst hier reingegangen bin. Nein. Nein. Aber wir können hier dann an der Seite rein. Also, quasi da brauchen wir auf jeden Fall einen, ne? Also, so links da dann. Also, dieses links brauchen wir auf jeden Fall. Kannst du einfach spiegeln theoretisch, oder? Wobei, ne. Kannst du nicht. Warte, ich muss einfach das gleiche nochmal machen. Dann einfach da ans hier reingehen, rechts reingehen, ne? No. Funktioniert ja dann. Nein. Äh. Äh. Ah, es braucht noch mehr. Es braucht noch die vom Rand. Äh. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich wünschte, dass da links etwas anders lösen. Was wäre, wenn ich jetzt hier einfach das links, das rechts daneben löse? Hm? Also, wenn ich jetzt einfach hier, was ich hier mache, die Lösung von rechts daneben löse. Ach so. Das kann natürlich sein. Hallo. Da quasi weiß, abgetrennt. Und jetzt einfach... Dinger rein. Und dann da hinten rein. Ne, okay. Häh. Häh. Ist ja wein. Ich selber noch zu. Ne, ist nicht zu. Hm. Ich glaub da ist noch genau der da. Was ist ein Pu-? Ah, er muss ein Punkte einsammeln. Hm. Okay, das habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir nur der eine. Ja, dann nehme ich das oder? Oder wie geht das? Nö. Ja, ne? Genau. Oh Mann, das ist immer schlimmer. Ja, das hat drüben auch nicht gelösen können. Aber... Ich denke hier auch, ja. Gehe ich doch erstmal hier hin. Hier Punkt, da ist ein Punkt. Ich habe zwar kein Punkt, das kann ich jetzt theoretisch trennen. Hier hat ein Punkt. Oder zwei. Punkt im Einsammeln sind die nicht, ne? Es sind nur andere Punkte, glaube ich. Hm? Das ist jetzt schwarz, weiß? Schwarz, weiß, ne? Hm. Theoretisch müsste doch eigentlich... Was ist das hier? Schwarz oder weiß? Schwarz, glaube ich. Das ist schwarz, glaube ich. Der hört sich aus zu blinken. Schwarz. Ich erinnere mich gerade gleich mal übersehen. Was war dein Vorschlag? Kannst du natürlich, glaube ich, immer einfach so machen, oder? Naja, ich nehme jetzt die schwarzen Punkte nicht alle mit. Was sind denn schwarze Punkte? Hier zum Beispiel. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Und da oben ist auch noch einer. Was hat jetzt denn gerade? Wie ist das hier? Also doch, aber ne. Da hört man ja wahnsinnig, ey. Das hier, ne? Ja, oder? Ist das? Gut. Was ist dein für ein Symbol? Ja, auf jeden Fall drei Gelbe, vielleicht ist auch ein vierter Gelber drunter. Oder man weiß es nicht. Aber sonst, Punkte sind ja keine mehr, ne? Keine Punkte. Nur als Trennung und... Ich denke mal, das könnte halt ein Dreier sein oder ein Vierer. Mhm. Oder ein Vierer. Ja. Was ist denn gerade? Oh Gott. Ja. Aber wir nehmen zumindest alles. Meine Augen. Ja, sind schlepp 회ptin schon an��et, wenn's so weitergeht. Ja, ich sass richtig blutab blut blut. Muss das sein? Was sagen wir denn? Wir haben weiß, schwarz, schwarz, schwarz-weiß und da oben noch mal ein weißer. Welche Dinger auf der Map oder so? Welche Dinger auf der Map? Ne, ne? Wie auf der Map? Also irgendwelche schwarze, also in den Bahnen, ob man irgendwelche schwarze Dinger einsammeln muss. Also hier ist auf einmal einer ein Schwörzler hier. Hier in der Reihe ist ein Schwörzler. Also wo ich gerade auch bin, ist halt ein Schwörzler. Punkt. Da oben links ist einer. Ja, stimmt. Ich glaub das war's. Man sieht die halt ja auch kaum. Also selbst so. So, gehen, ne? Danke. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus erstmal. Obwohl ich nicht genau weiß, was da oben rechts ist. Das ist hier. Ich meine, ist das auch ein weißer Punkt? Das ist ein weißer Punkt, ja. Die sehen mich so ein bisschen andersfarbig aus, aber... Für mich ist das sogar oben rechts ein grüner Punkt noch. Was haben wir denn hier ist ein schwarzer Punkt? Da oben ist ein schwarzer Punkt. Haben wir ein schwarzer Punkt? Ich glaub nicht. Ich hoffe nicht. Sie hat nur zwei schwarze Punkte. Zum einsammeln? Zum einsammeln? Weil jetzt nicht. Dann wollen wir einen einfacher Weg das herausfinden gleich. Stimmt. So. Ähm, was war das? Ah, ja, ok. Hast du nicht. Schwarz und weiß. Jetzt geht's gar nicht. Dann mach ich das mal so. Also hab ich den Punkt jetzt nicht mitgenommen. Wo ist der Punkt? Hier ist der Punkt. Da muss ich ja so entweder machen. Nee, das funktioniert auch nicht. Weil da kann ich ja auch im schwarzen Weiß nicht drin. Da muss ich eigentlich schon, dass sie so rein schließen. Wo sind wir unten? Ach, da ist der schwarzer Punkt. Um links, ne? Der um links, ja. Dann nehm ich den doch so mit, ne? Ok. Prrrr, ok. Ja, aber jetzt halt... Es sind noch zwei Kabel. Wo finden das denn? Ah, hier drei noch. Ja. Ja. Hätte ich den Monitor halt sehen. Muss ich dann doch noch lösen. Ah, er fand so. Ok, ja. Ja gut, das letzte Gebiet aber trotzdem, ey. Also sagen wir mal, dieser Speedrunning hat auf jeden Fall angenehmere Geräte. Nur halt, ähm, ja. Das ist ein 3er da hinten, ne? Ja. Gott. Ja, da auch bin ich mal gespannt. Ich hab euch mal Bock drauf. 3 und 2, ich bin grad in dem schwarzen. Wo ist der Ausgang da hinten? Sollte das doch rein, ne? Sollte das doch rein, ne? Ja. Ok. Ah, das war's, ok. Das war auch das Ding, was wir gesehen haben, ne? Joa. Ja. Ja, ja. Ok, sollen wir doch verstehen, was das da ist? Ja, jetzt hab ich mit Gott keine Ahnung. Die einzige, so ne Idee, die ich hatte. Weil theoretisch sind ja die neun Punkte. Punkte, die da halt keinen Wert haben. Also, dass du quasi die da zurechnen musst, oder so. Und dann... So quasi ist das für beide. Mhm. Also quasi setzt die nicht jetzt rechte los, sondern halt... Beide vereint, ja, genau. Oh Gott. Ja, genau. Das war die Frage, wie lange das so weitergeht. Das wär halt... Und natürlich rechts sind auch Punkte im Dings, ne? Nehm ich mal das hier so mit. Mal mit den beiden Weißen vereint. Da ist ein Punkt. Und schon einen Punkt eingesammelt, ne? Ja, jetzt einfach links und hoch, oder? Nee. Nee. Da ist ja noch der eine Scheiße. Den schwarzen Weißen ist getrennt. Ach, wenn das überhaupt die Lösung ist. Mhm. Und ganz oben ist ja auch einer, quasi, ne? Ganz oben ist auch einer, ja. Eieiei. Nehme ich mal so das Weißen mit. Geh das durch. Haben wir hier schwarz und weiß. Wo ist der? Ach, der ist hier oben. Das ist halt nicht so toll. Geht das dann überhaupt? Wenn wir hier hochgehen, müssen wir hier rein. Punkt. Das ist jetzt ein schwarzes... Ja, da oben ist halt auch einer und es klappt dann einfach nicht. Das heißt, hier hoch. Dann kann man das jetzt hier so weiter als einzige Option. Dann nehme ich hier den Weißen mit. Und wenn die vom Schwarzen... Und dann ziehe ich das hier einfach komplett durch. Dann nehme ich da wieder den... Ich hab's jetzt nicht die Lösung. Also vielleicht doch, aber... Hm. Kann man hier vielleicht noch irgendwie was einstellen. Kann man hier vielleicht noch irgendwie was einstellen? Ja. Hm. Wo du durchspielen hab ich's gehört? Ja. Hm. Hm. Was? Ja. Was ist das? Das kann's nicht sein. Ah. Na ja. Also ich geh mal hier lang. Wenn ich hier hochgehen muss ich so machen. Das ist kein Problem, wieder weiß und schwarz trennen muss aber auch überall oben lang. Also theoretisch kann ich sie nicht treffen, weil ich muss sowohl hier lang als auch hier lang dann. So ne das ist nicht die Lösung aber was ist es dann? Mal mal die Pensterscheibe gucken. Ich hab so ne... Vielleicht stell dich noch mal so ein bisschen da so, dass du so ein bisschen im Messer bist. Versuch mal nicht genau den Punkt zu treffen, sondern so ein bisschen tiefer da. Vielleicht ist der Bildschirm so verschoben aber du musst trotzdem so... Weißt du? Danke. Ja? Aber du bist jetzt so... Hä du bist ja aber trotzdem... Achso es wird trotzdem so angezeigt. Okay. Genau es wird richtig angezeigt aber der Bildschirm ist halt verschoben. Genau. Das wird gleich immer verschobener wahrscheinlich. Okay. Das ist echt okay. Das ist echt okay. Verbindung mit, das wird jetzt immer kranker und verschobener. Oh Gott. Das haben wir hier. Unten links, also musst du da irgendwo anfangen. Das ist voll okay das so zu steuern. Aber der engsame Punkt ist eigentlich nur da oben ne? Oder... Also da... Ja der eine Punkt, den man halt da sieht, oben ganz oben. Optisch. Ist hier kein Punkt? Da, der da. Ah. Und unten sieht man den auch so ein bisschen. Ja, stimmt. Oh, was ist das da? Blau? Es ist einfach nur... Macht dieses Symbol, ne? Ja. Äh... Hast du drei? Ich glaube schon. Boah. Natürlich. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, drei mitnehmen. Boah, Alter. Ich finde es angenehmer als das andere. Definitiv. Wird einfach ins Ziel. Also du bist natürlich noch mitnehmen. Da ist noch ein Dreier, den ich jetzt nicht habe. Warte. Neu. Ich muss diesen Dreier so mitnehmen. Was ist das? Ja, du musst jetzt, weil... Der andere drei, der da unten rechts ist auf dem Bild. Das ist das richtige unten rechts. Mhm. Der kann nicht gerade sein. Der muss so Senkreft so stehen. Also so zum Beispiel. Ich muss dann noch irgendwie den anderen da unterkriegen. Ich glaube so, ne? Kann ich den unterkriegen. Ne, kann ich es nicht. Ja. 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 Ach so. Ja. 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 Kann ja so näher rangehen, aber naja, das wird ja diese Herausforderung. Das ändert ja eigentlich auch nicht viel. Okay, was ist das Dreifarben drin? Schwarz... Ne, dann nehme ich Schwarz doch lieber so rum mit. Da muss man einfach nur warten im Zweifel. Das ist jetzt ein schwarzes Gebiet, genau. Nehme ich das Weiße so mit. Da nehmen die dann noch mal so ab... Aber das ist doch so ein Partnerschaftsding. Das ist keine Farbe, das ist Partnerschaft. Ach, das ist ein Sternchen, ne? Ja, Partnerschaftsbegriff. Was soll das denn? Theoretisch kann das dann... Das ist jetzt ein schwarzes Gebiet. Oh, ach so, ne? Das ist jetzt ein schwarzes Gebiet mit Sternen. Naja. Okay. Okay, was passiert hier? Hilfe. Guck mir, das ist schlecht. Okay, wir müssen jetzt drüber nachdenken, was wir tun wollen. Ja. Ja. Aber theoretisch einfach nur hier durchziehen. Also quasi hier den Bogen... Also quasi hier den... Warte. Wir machen ihn auf dem Bild. Nein. Also hier den Dreier. Ja, wo muss ich registrieren? Hier den Dreier. Respekt auf jeden Fall. Na gut, theoretisch muss ich jetzt einfach nur... Ach guck mal, es wird mir langsam, wenn ich hier dann... Ah, okay. Okay. Warte, warte, es hat uns einen Fehler gemacht. Pass mal kurz. Ich glaube nicht. Ich mach hier den Dreier und dann gehst du hier wieder zu... Rück. Wie kriegst du den hier? Hm, wenn du rück machst? Ja, ich glaub wenn du so fährst, zack, zack, zack. Oder? Ich glaub ich muss... Hier, ich fang ganz erst mit dem hier an. Dann gehst du runter zu dem Dreier... Ne, das geht auch nicht. Meine Lösung gibt Sinn, aber ich weiß nicht. Aber ich mach hier den Dreier so. Ja. Den hier und dann gehst du... Was war deine Idee? Ja, genau das war ich. Okay, sorry. Dann halt. Ja genau. Klingt so simpel irgendwie. Deswegen denk ich mir grad so... Ist das wirklich die Lösung? Oh Gott. Okay. Ich hab jetzt quasi die Töne. Jetzt quasi die Töne. Und dann noch den einen schwarzen mitnehmen. Ach, das ist ein schwarzer noch? Mhm, aber den kriege ich. Ah, guck mal den hab ich gar nicht. Diese schwarzen, die heben sich für mich so wenig vom Hintergrund ab. Hier hat kaum. Okay, das sollte mir da rangehen. Egal. Vier Stück. Äh, okay. Ja, okay, von mir aus. Ich nehm mir den mit. Ja komm. Okay, dann nehm ich den mit. Hier runter. Warte, ich bin dann halt runter gegangen. Vielleicht muss das rechts. Hier mal rechts. Jetzt muss ich hoch. Rechts? Links, meinst ich. Hoch. Rechts. Nee. Ah, das ist jetzt ganz unten eben. Jetzt muss ich das rechts. Dann hoch. Dann hoch. Dann wieder rechts. Ganz nach rechts. Dann hoch. Dann links. Dann hoch. Und rechts. Und hoch. Was war da? Ich hab den Punkt übersehen. Eieieiei. Den ins Ernst mitnehmen, ne? Genau, den Punkt ins Ernst mitnehmen. Hoch. Ganz angenehm. Das ist einfach zweimal rechts. Dann runter. Dann rechts. Dann hoch. Links. Das geht jetzt hier ein bisschen langsamer. Hoch. Und rechts durch. Okay, ist richtig gut. Gut, gut, gut. 33 Minuten, liebe Leute. Aber das haben wir enorm geschafft. Beim nächsten Mal, ja. Gucken, was wir beim nächsten Mal passieren. Haha. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.